Ciao ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Team Deathmatch bei Optionen, das ist schon warm, bei Modern Warfare 2. Es ist ein Team Deathmatch, Call of the Team Modern Warfare 2 auf der Map, Favela mit Andi und Clanky. Bei Optionen. Ja gut, jetzt bin ich ruhig. Wir hatten gerade schon ein paar tolle Erlebnisse mit Hacker-Lobbys. Fuck. Da kommen drei, drei Menschen kommen da, alle tot. Hinter dir, Vorsicht, da ist einer. Vor mir sind alle, alle sind vor mir. Okay, hinter dir auch einen. Oh, es leckt nicht, es leckt nicht. Gut. Messer ihn halt. Erstmal konzentrieren hier, was ist denn los? Jetzt setzen wir uns mal kurz in die Ecke hier. Ja, ich beschütze dich mal. Okay, wo bist du eigentlich? Gleich bei dir. Bisschen, bisschen weit weg, um wir schützen. Oh, halt, wir sind unterwegs. Nein, nein, nein. Da ist einer. Vorsicht, da ist einer. Okay, da war einer. Da oben war doch auch gerade einer. Ja! Ah, hinter uns, über uns sind sie. Ich bin ein Predator. Okay. Predator-Raitator. Okay, ist sie. Oh, da sind drei Leute jetzt! Oh, yeah! Hubschrauber, komm! Ich hab leider noch keine Nuke drin, aber vielleicht reicht's ja mal für den Hubschrauber. Abstimmt. Ja, ach, null, hey, komm, das wird doch was. Ich bin für mich hier in der Ecke nur zu sichern. Hm, ich bin auch nicht. Toll. Ich glaub den Hubschrauber kann ich vergessen. Na komm, hey, geh raus hier. Komm noch einer. Der Harry hat mir nichts gebracht, ich brauch aber noch drei Kills. Ah! 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 Fuck! Ist der Scheiße! Ja, zwei Kills noch. Oh, jetzt stießt du mir die Show, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt bin ich tot. Na ja, ist ja nicht so schlimm. Nein, das ist ja ein Unspiel. Ist ja ein schönes Spiel. Dann, dann haben wir uns denn mal wegen nem Spiegel aufgeregt. Ja. Jetzt müsste man, in dem Moment müsstest du jetzt die Aufnahme einblenden, die du vorhin gemacht hast. Okay. Oh, du fuck you, C-Fix. Nein, ich kann dich nicht treffen, du bist ein Millimeter neben mir. Fuck you, C-Fix ist auch ein schönes Wort. Ja, ich wollte jetzt grad nicht Fick dir sagen. Ja, tue doch, alle, ihr seid alle cool. Hm? Der Paul, der hat nen Tube. Ach doch, feindliche Volk! Keine Freunde hat er auch nicht. Nee. Keine Freunde hat er auch nicht. Nee, er hat keine Freunde. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ne Drecksache, ey? Das ist ein Schütz oben. Ja, das ist scheiße. Und ein Harrier auch noch. Ja, da hat einer ne ACR mit Aufsatz liegen lassen. Oh, Falltarnung. Nicht schlecht. Ja, das ist meine gewesen. Oh. Du hast schon Falltarnung bei der ACR? Ja. War ich richtig Pro bin mit dir. Ja, liegt er auf dem Boden. Du bist doch ein Arschloch. Ach, der Ping ist auch genial. Womit wird dir der Ping eigentlich angezeigt? Also, anscheinend bei mir ist es nicht so. Also, bei dir ist es... Ah! Äh! Ich seh' bei mir aber den Ping. Ja, weil wir grad im Hacker-Lobby waren, deswegen. Das ist echt komisch in diesem Spiel. Weil wir hacken ja unseren Scheiße. Weiß jeder. Hoffentlich. Ja, der Ping ist wieder genial heute. Hm. Aber nicht nur heute. Jetzt ist das Schütz weg. Der Paul, der leidet immer unter mir. Ich hab's ihn jetzt drei oder viermal hintereinander getötet. Armer Paul. Hoppala, hä? Ja, Paul ist scheiße. So, drei. Ich hab grad erschossen den... So, drei. Ah, da hinten sind sie. Das ist gut. Oh, nein! Oh, nein! Hey! Wie er halt da rumliegt! Hey! Die Pf... Ja, Arschloch ist tot. Der movt richtig mit seinen Bewegungen. Wenn er um die Ecke geht, dann movt er mit der Waffe. Warte, ich mach's jetzt auch mal. Okay. Pass auf. Miauun! Und hier jetzt. Miauun! Oh! Wie hat er das denn getan? Hä? Ja, der hat Reflexe, der Typ. Warte, ich spiel jetzt auch mal die ganze Zeit so wie der eine Typ. Moved. Oh, jetzt ist er tot. Naja. Nicht schlimm. So, jetzt passt auf. Jetzt machen wir hier. Miauun! Und hier. Miauun! Mir komm ich mir dabei so ein bisschen affig vor. Versteh gar nicht warum. Probier's auch mal. Wenn du um die Ecke gehst, einfach mal anvisieren und dann mit der Waffe rüberschwenken. Machst du das so wie dein Typ... Was ist denn jetzt los hier? Ey, was ist das denn für ein Arschloch? Ja. G18 Akimbo. Hö, ich bin cool. Ja, der ist verdammt cool. Hö, FMG9. Ja. Was ist das denn für ein Hero? Wird jetzt erstmal gedemütigt in unserer Community. Anal Action Hero. Wir haben jetzt die knapp 350 Abonnenten von mir und die 780 oder was du hast von dir. Das heißt, wir haben über 1000 Abonnenten, wo er jetzt grad gedemütigt wird. Der 2VS2TPGAB. Aber der ist echt scheiße. Oh, was ist denn das für ein Klettertyp, ey? Ja, wo steht er denn? Ach ja, im Mantelgras liegt er. Boah, schon wieder von hinten. Was ist das denn für ne Drecksz... Ja. Wenigstens gewinnen wir. Ich mach das jetzt. Ich reg mich in dieser Runde nicht mehr auf. Ich weiß, das ist schwer und ich werd's wahrscheinlich auch schaffen. Aber ich reg mich diese Runde nicht mehr auf. Ach stimmt, du fette Sau. Kannst du, dass mein unterdrückter Auf... Ja. Nein, ich reg mich nicht auf. Das ist nur ein Spiel und die Leute hier, die... Äh, ja. Gut. Oh yeah. Baue ich glaube nur 2 Punkte oder so. 2 Kills meine ich. Was ist dann? Dann bin ich cool. Harry oder so. Nice. Ja, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist scheiße, was ich hier mache. Ja, Harry, ja. Jetzt tötet er mich mit nem Luftschlag. Ach, Harry, ja. Scheiße. Geh da rein. Ja, komm. Gib mir 1 Kill. 7, 8. Okay. Brauchen wir noch ein paar. Ah, ja. Oder ich töte ihn halt einfach so jetzt gleich den dummen Sack. Ah, da ist er ja, du fette Sau. So, einer noch. Dann haben wir mal einen Scheißdreck hier. Deinen Scheißdreck? Hm? Ach ne, noch einen. Okay, nicht schlecht. Äh, nicht schlimmer nicht. Ah, ne, ich sterbe jetzt nicht. Helikopterschützenbiatsch. Schnauze Andy. Wer war's? Ja, und dann die Nuke. Jetzt, äh. Da-dum, 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 da-dum. Hau ihn weg, hau ihn weg. Schon wieder von hinten, wie macht der Typ das? Ja, dreh dich halt mal, du Dreck. Und der Sack fällt genau einen halben Meter hinter mir auf den Boden drauf und tötet mich. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich geb' dir ne Saures. Ich geb' dir ne Saures. Ja, ich hab jetzt auch keine Lust mehr, mich hier zu bewegen. Ich bin jetzt hier cool. Ich bin ein Krieger des Schattens. Ja, du hast dich fertig gemacht. Komm, mach Last Kill, mach Last Kill, mach Last Kill. Ja, nicht schlecht die Runde. Und auch noch Headshot. Headshot mit dem Hubschrauber-Schützner. Ja, ich cheate, ich weiß schon. So. Und der Typ steht noch neben mir und sieht mich nicht, der ist ja geil. Ja. Achso, wir sind noch am Aufnehmen. Ja. Ja, sollen wir hier in dieser Runde bleiben? Also ich mag hier den Typen da oben nicht. Ah ne, der ist scheiße, komm geh mal raus, ja. Ne, der hat mich zu oft gedötet. Ne, der macht keinen Spaß, mit dem will ich nicht spielen. Ne, der macht keinen Spaß, mit dem will ich nicht spielen. Der macht keinen Spaß. Ne. Spielmodus? Team Deathmatch? Wollen wir mal Abschied sagen, oder? Ne, ne, wir müssen das ja durchziehen, weil die Team Deathmatchungen sind immer so kurz. Da müssen wir mal Zweifel machen. Ah, gut. Oh, yeah. Es könnte sein, dass wir in einer Hackerlobby sind. Das könnte jetzt live sein. Das heißt, ihr seht jetzt live, wie wir gleich hochgehebt werden. Hast du das Schreien hören gerade? Hast du das Schreien hören gerade bei mir? Äh, ja, kurz. Ja, das war jetzt, äh, oben wieder. Also ich glaube, das ist safe hier. Warte, ich guck mal im Off-Kicker, was passiert ist, obwohl ich es mir jetzt schon denken kann. Ja. Die da oben anfangen zu schreien. Hm, so ein Browser, so ein Browser. Wie nach Mozart. Achso, jetzt habe ich hier gerade Schleichwerbung gemacht. Entschuldigung. Ich meinte natürlich, äh, ein renommiertes, ein renommiertes Fußballmagazin mit Live-Ticker. Ja. Achso, oder so. Oh, wie er da oben rum scheißt. Sitzt, meine ich. Wer scheißt wo rum? Schießt, wollte ich sagen. Ja. Bist du schon im Spiel, oder was? Ja, ja, schon. Ach schön, ich bin noch am Laden, so ganz cool. Ja. Naja. Naja. Ist da nicht wild? Wo sind's denn alle? Ich will töten, ne? Hm. Ja, mein. Nachladen. Schön gediegen. Tolles Wort eigentlich. Ah, 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 oh Gott. Okay, gut. Geht wieder. Ja. Ah. Oh yeah. Nicht töten, nein. Fuh. Harrier. Weeeee. Sch. Tod. Schütze mich. Keine Munition mehr, brauche ich nicht. Ich messe einfach. Schon drei Granaten umgerannt. Scheiße. Das war jetzt mal geil. Was ist passiert? Ja, das musst du dann anschauen mal. Okay. Wie ich da abgehe. Siebener Killserie einfach mal so wegrotze. Wenn ich mal so überhaupt nicht Gix kaufen kann. Ja, ich auch nicht. Bin nicht ganz schlecht. Ja, der ist ja scheiße. Ach so. Ja dann. Ja dann. Ach was. Der Temper wieder. Also Temper ist scheiße, der Typ. Ja. Ich nehme mal wieder irgendeine andere. Aber für mich ist es dann cool wie Farmer's the famous. Ja, Tube einfach rein. Triffst mich eh nicht, du Arsch. Ja. Ich liebe. Hm. Entschuldigung. Oh. Oh ja. Das war scheiße. Ja, ist der kacke, oder? Ja. Und hier irgendwas machen. So. Voll der Tube war ein Noob. Ja. Der ist, der ist cool der Typ. Der ist verdammt cool. Wenn wir jetzt getötet, damit er nicht mehr tubeen kann. Ja, komm hey. Aus dem Helikopterschützenraum. Scheiße. Das ist jetzt voll dumm, was ich mache. Aber das macht ja nix. Hä, den hab ich doch getroffen. Ach, es ist mir jetzt auch egal. Komm, haut ab. Geh mir aus dem Weg. Haha. Der FAL mit Thermal, ich glaub's nicht. Oh, FAL ist geil. Ja, ist er auch. Aber mit Thermal, oder nicht? So, Nummer 2, Harry, ja? Hier seht ihr meine Kuh-Farmers mit Falltarnung, die ich mir gerade auch schön in der Hacker-Lobby geholt habe. Schneller konnte ich leider nicht rausgehen. Nicht zu mir. Jetzt bin ich mal ein bisschen scheiße und kämpf da hinten, weil ich will meinen Hubschrauber schützen, also... Ja, ist nicht schlimm, mach ruhig. Mein Gott. Nuke wird's nicht mehr, aber Hubschrauber kannst nur raushauen. Ja. Mein Gott, seid ihr alle toll mit euren Tubes. Ach, was soll's kommen hier. So ist mein Ping so schlecht. Deiner auch. Ah, da hinten ist was. Ist mein Ping schlecht? Ja, über 100 ist meiner aber auch. Oh, scheiße, hey. Oh, ist der kacke. Ich jag den gerade hier ein bisschen. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Wie macht der das? Acht. Ich habe hier mit einem hässlichen M9... 9? ... den gekillt. Ja, das wird kein Hubschrauber mehr, nee. Okay, ist tot. Lass mich doch einfach mal host sein. Yeah, last kill. Schön. Na ja, 19.3 geht eigentlich. Yeah, das ist geil. Ah, die Farmers. Schöne Waffe. Ja. Ja. Hab da dein GG. So. Danke fürs Zuschauen. Euter einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi und euer Klenki. Tschö.